Ich sehe lauter tote Menschen. Willkommen im ZDF-Fernsehgarten! Ja, sowas. Und da ist es auch ein Sport. Free FM Radio Free FM präsentiert Tribünendach Herzlich willkommen und Hallihallo zu einer neuen Ausgabe von Tribünendach, dem Sport-Podcast von Radio Free FM. Und ich habe mir gedacht, heute machen wir mal so eine kleine Feature-Sendung und featuren auch ein paar Sportarten, die dann so die Leute fabrizieren und beobachten, die so bei uns angestellt sind. Und unter anderem unser Musikredakteur und Turnitup Mann Hans, Hans, Hans the Man, hat gesagt Skaten und allgemein so ein bisschen die olympischen Sportarten, die jetzt ja auch neu dazukommen oder dazukommen sollen, wäre mal ein Thema, über das man quatschen könnte. Und dann dachte ich mir, das machen wir einfach mal und deshalb hallo Hans. Hi Dommel, ich bin Hans die Sportskanone und heute hier beim Sport-Podcast. Ich freue mich drauf. Wie schon gesagt, das Thema habe ich ja schon so ein bisschen vorweggenommen. Wir quatschen über Skaten zum Beispiel. Ich nehme an, du bist ein leidenschaftlicher Skater. Nein, ich bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste, aber ich verfolge noch gerne das Geschehen. Bin früher viel gefahren, auch nie richtig gut, nicht richtig professionell. Jetzt in Ulm gibt es wieder diesen Pump-Track. Da gehe ich ab und zu mal hin und pump durch die Gegend und beobachte das Geschehen und nehme auch wieder wahr, dass es irgendwie wieder populärer wird, habe ich das Gefühl. Dass es so eine neue Mainstream-Sportart wird. Gerade auch Skaten hat viel mit Hip-Hop ja auch zu tun. Jetzt auch zum Beispiel Graffiti-Skaten, das sind ja alles so Sachen, die damals ja auch noch groß im Namen waren. Ja, die Beastie Boys haben das mal als das fünfte Element dazu gezählt in den 80er Jahren. Ja, Shoutouts an die Beastie Boys. Der Sänger übrigens ist ja auch vor zwei Jahren, meine ich, an Krebs gestorben. Aber die Beastie Boys sind ja schon eine recht coole Truppe. Auch beim Skaten, ich muss zugeben, beim Skaten, bei mir hat es immer so aufgehört, so nach Tony Hawk 3 ungefähr. Als das Spiel rauskam, da war es so für mich irgendwie, es war so ein Einsch, danach habe ich mir die Games nicht mehr geholt und dann war es irgendwie für mich auch weg. Ja, ich habe das Gefühl, seit den 70ern, seitdem es Skateboard gibt, ist es immer so ein, wie sagt man, auf und ab. Und jetzt wird es ja wieder sehr populär, beziehungsweise die Olympischen Spiele 2020 wollen ja neue Sportarten dazu holen und unter anderem auch Skaten. Und die Deutschen beispielsweise haben schon seit zwei Jahren oder so ein Team zusammengestellt. Ich glaube, seit zwei Jahren. Und ja, was hältst du davon? Ich finde auf jeden Fall Skaten, wenn man es kann, ist es halt schon auch echt eine krass anstrengende Sportart. Also wenn man, man muss ja diese Augen-Hand-Koordination, die musst du ja auch on fleek haben. Dazu kommt dann ja auch noch, dass du halt die ganzen Tricks stehen musst. Du hast ja auch ein enormes Verletzungsrisiko, sage ich jetzt mal. Und wenn da jetzt irgendwie deine Bände oder sowas einfach nicht dafür ausgelegt sind, dann kannst du es halt komplett knicken. Und deshalb finde ich schon cool, dass Skaten olympisch wird, weil es halt auch echt eine sehr anstrengende Sportart ist. Und wenn man dann guckt, was sonst noch so olympisch ist, dann denke ich mir, kann man auch Skaten daraus dazuzählen. Ich finde es gut. Ich weiß jetzt nur nicht, was jetzt die Skaters selbst davon halten. Also ob die jetzt sagen, das ist Ausverkauf, das ist nicht mehr real. Ich weiß es nicht. Da müsste ich mal eine Umfrage starten. Ich kann mir vorstellen, dass ein paar das nicht so toll finden. Andere feiern es wiederum und so ist es ja immer, wenn es in Richtung Ausverkauf geht, sage ich mal. Aber ich denke mir, es gibt ja auch Sportarten davor, die jetzt ja auch schon olympisch sind, die jetzt ja trotzdem nicht diesen großen Hype haben. Und ich kann mir das auch gut vorstellen, gerade zu Skaten. Die olympischen Spiele, es wird täglich davon berichtet. Du hast es in jedem Blatt eigentlich mit drin, in jedem Medium. Heißt, du kannst damit ja auch eine neue Generation auch einfach mal zu einer Sportart bringen. Und warum dann noch nicht beim Skaten? Also, dass die Kiddies wieder anfangen, anstatt nur Haftbefehle und Autotune zu pumpen, dass sie dann auch mal wieder ins Skatepark gehen. Ja, ich glaube, das tun die doch auch wieder mehr. Oder es gibt auch immer mehr Skateparks. Aber nochmal zu den olympischen Spielen. Ich glaube, seit, das wäre jetzt gefährliches Halbwissen, aber seit ein paar Jahren sind halt die Einschaltquoten der X-Games, die kennst du bestimmt höher als die der olympischen Spiele. Und ich glaube, die wollen dahin, dass es wieder populärer wird und deswegen so Jugendsportarten reinholen. Ich habe auch gehört, Breakdance ist zum Beispiel auch schon im Gespräch. Aber das wäre natürlich dann nicht mehr die olympischen Spiele, sondern einfach nur die Hip-Hop-Games. Da kommt noch Sprühen dazu. Ja, vielleicht, wer weiß. Aber wie ist dann so allgemein deine Haltung, also so olympische Spiele? Ich muss zugeben, ich verfolge immer diese Hauptsportarten, in Anführungsstrichen. Da bin ich schon immer recht dahinter, auch jetzt gerade, wenn die U21 wieder an den olympischen Spielen teilnimmt. Das finde ich dann schon interessant, weil, klar, es ist eine andere Bühne. Es sind ja auch ganz andere Voraussetzungen. Wenn du denkst, normale Sportler, die jetzt auch gerade draußen ihren Sport betreiben, sind ja, sage ich jetzt, eher dafür bekannt, dass im Hochsommer, dass es da eher ein bisschen runtergefahren wird oder die Saison gerade erst losgeht. Aber da musst du ja dann auf dem höchsten, auf dem maximalen Punkt sein bei olympischen Spielen. Und deshalb, also ich stelle mir das schon auch extrem anstrengend vor. Ja, denke ich doch auch. Aber ich schaue auch gerade die klassischen, was ist denn das, Siebenkampf? Oder? Fünfkampf. Oder auch Zehnkampf mit Arthur Abele letztes Jahr bei der WM, Leichtathletik-WM in Berlin, seitdem ja extrem gehypt, auch SS Fauler. Und da hat man aber mal kurz eine komplette Nation die Daumen gedrückt beim Zehnkampf. Ja, voll. Oder, ja, das finde ich dann doch schon irgendwie interessant. Aber mit den Hypes kann ich auch nicht so umgehen. Gut, wenn jetzt ein Ulmer dabei ist, natürlich schaue ich mir das an. Aber jetzt zum Beispiel, boah, ich glaube, das war die letzte Olympiade. Da musste auch jeder das Usain Bolt-Rennen sehen. Und, ja, gut, kann man schon machen. Sind ja nur fünf Minuten, wenn überhaupt, mit warm machen. Ja, habe ich dann doch auch gesehen, aber dachte mir, was mache ich hier? Warum muss ich da jetzt mitziehen? Und, ja, eigentlich gucke ich doch alles ganz gern. Denkt mir dann aber am Sonntagabend, was habe ich denn... Lieber Tatort. Was habe ich denn heute schon wieder zustande gebracht? Weißt du, was? So ein Tag im Bett mit Langlauf im Fernseher. Da fühlt man sich da schon auch so ein bisschen schlecht, wenn man irgendwie eine Folge, eine Serie durchgebinget hat und gleichzeitig dann nur die Athleten durchguckt übers Wochenende und dann sich so überlegt, boah, vorhin hatte ich schon heftig Puls, als ich auf Toilette aufgestanden bin. Ja, dann denke ich mir, ja, hätte ich doch lieber Selbstsport gemacht für mich. Und, ja, aber irgendwie muss man ja mal Zeit für sich haben und dann guckt man halt sowas. Aber ich schaue keine Formel 1, das habe ich mir geschworen, das schaue ich nicht mehr an. Warum? Das geht zu lang und da passiert ja gar nichts. Da passiert ja wirklich gar nichts. Ich finde, glaube, so aus Ingenieurs-Sicht ist es ganz interessant, aber jetzt die Fahrleistungen, das kann ich gar nicht beurteilen. Natürlich ist es krass, da mit 400 oder was die fahren, 300 da rumzuballern. Aber ich glaube an sich, wenn man da jetzt Maschinenbauingenieur ist, kann das ganz interessant sein. Wenn man da ein bisschen Einblick bekommt in die Szene. Das ist ja mehr eine Technikermeisterschaft als eine sportliche, behaupte ich. Natürlich ist es auch eine Herausforderung, sportlich, aber ich glaube für die Technik noch viel mehr. Da denke ich mir eher, dass Schach für mich keine Sportart ist. Ja, aber Schachboxen zum Beispiel. Ja, Schachboxen ist geil. Also da muss ich zu, ich habe da, das habe ich auch schon letzte Woche erzählt, ich habe mir da mittlerweile auch so Highlights angeguckt, weil ich diesen Sprungsuck oder diesen Spagatsuck geil finde, zwischen dieser intellektuellen Höchstleistung und dann diesen Primitiven auf die Fresse boxen. Ist Schachboxen eigentlich olympisch? Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht, ich weiß es nicht. Das wäre doch mal nochmal Skateboard, Breakdance und Schachboxen. Schach-Box-Skating. Ja, zum Beispiel. Ne, aber Schach ist halt ein Denksport. Aber ja, ich würde es auch nicht als Sportart, glaube ich, zählen. Aber es ist halt auch ein Wettkampf. Was definiert denn Sport eigentlich? Boah, jetzt wird es ja sehr philosophisch. Ja, Wettkampf ist ja eigentlich schon mal ganz gut. Also ich glaube, das ist ja schon mal irgendwie die erste Voraussetzung, weil an sich Sport wird ja auch dann eigentlich auch abgekürzt aus Sportwettkampf meistens. Natürlich, viele sagen ja auch, ich mache Sport in dem Sinne ins Gym gehen oder auch einfach nur so laufen gehen. Aber im Endeffekt ist es ja dann irgendwie auch ein Wettkampf mit dir selber, weil du möchtest ja deine Leistung unterbieten. Und von dem her, ich glaube schon, sobald was ein Wettkampf ist, kann man das durchaus als Sport sehen. Aber ich finde, man muss auch, also ich finde es halt echt krass, gerade mit Skaten und Breakdance, sehr jugendkulturelle Sportarten, sehr junge, dynamische Sportarten, geht so ein bisschen weg. Wie du schon gesagt hast, so ein bisschen hin wieder zu diesen jugendlichen Sportarten und von den X-Games halt irgendwie auch ein bisschen was abgucken. Man muss ja auch, also das habe ich früher sehr häufig angeguckt, bis dann halt eben ein Brause-Sponsor da vor allem mit eingestiegen ist. Seitdem sind mir die X-Games ein bisschen unsympathischer geworden. Aber man muss schon sagen, das ist natürlich, also gerade auch was Winterspiele angeht bei den X-Games, da geht es ja schon auch krass ab. Ja, da gibt es ja einen, der hat beides schon gewonnen, Sommer und Winter. Echt? Ja, Sean White, hast du bestimmt auch schon mal gehört. Boah! Der hat im Snowboarden ein paar Medaillen gewonnen, Gold, und im Streetskaten, glaube ich. Boah, krass. Das habe ich auch nicht gewusst. Ausnahmesportler, auf jeden Fall. Ja, da musst du ja auch krank sein, ganz ehrlich. Teilweise, was da bei den X-Games abgeht, was die da auch für Pipes ja teilweise fahren, oder am Snowboard, wie riesig die, wie heißt es eigentlich, die Schanzen sind? Nee, die Pipes. Du meinst jetzt die Kicker, oder wo beim Snowboarden? Ja. Das nennt man Kicker. Ja, das ist ja, also da muss ja gefühlt schon geisteskrank sein, wenn ihr dann da ihre dreifachen Pirouetten und Saltos und Kopf über und... Muss auch tatsächlich... Ah, da kommt wieder der Spagat zur Olympiade. Die Winter-Olympiade ist für mich auch wieder attraktiver geworden, seitdem es da auch dieses Ski-Cross und so gibt. Und so auch mittlerweile die Snowboard-Parks und so. Weil ich finde es dann schon immer beeindruckend, so etwas anzuschauen. Interessiert mich dann irgendwie... Finde ich dann irgendwie geiler anzuschauen, wie... Wie hat mal jemand gesagt? 22 Millionäre, die einen Ball hinterher werden. Ich muss aber auch zugibt, Winter-Olympiade sagt mir mehr zu, weil es da halt auch einfach, gerade durch Eishockey, was halt einer meiner Lieblingssportarten ist, die hast du halt nur in der Winter-Olympiade, wäre im Sommer ein bisschen blöd. Gibt es auch Hockey. Ja, aber Feldhockey finde ich, da fehlt mir die Dynamik. Also du hast ja beim Eishockey dieses extrem kleine Feld, dafür eigentlich viel zu viele Spieler. Und da kommt ja noch hinzu, dass du halt einfach auf Kufen bist. Weißt du, du hast nicht diesen normalen Untergrund, du läufst nicht einfach auf deinen Füßen und schiebst den Ball vor dir hin, sondern musst halt auf Kufen, Jacks ausweichen, zum Schuss ansetzen. Das sind halt alles so Sachen, finde ich, extrem dynamischer. Und auch Skispringen und so Bordfahren, also das kann ich mir gerade mit dem Hackel-Schorsch als Experten machen, das hat schon Bock anzuschauen. Also Bordfahren weiß ich auch nicht, warum mich das interessiert, aber das schaue ich tatsächlich. Weil im Endeffekt kommt es ja auch immer nur auf 0,01 Sekunden da an. Ich checke da auch den Wettkampf nicht so richtig, aber irgendwie gucke ich es trotzdem. Ich glaube, ich habe zu viel Cool Runnings früher geschaut. Und ja, wenn Jamaika wieder dabei ist, bin ich natürlich auch vorne mit dabei. Und was wollte ich noch sagen zum Thema vorher? Ah ja, Eishockey. Ich glaube, da kommt eben auch das Gleiche dazu, wie bei den Extremsportarten, dass es so etwas Spektakuläres hat. Weißt du, diese hier so reinhauen und so ein bisschen auf die Schnauze. Ja, so ein bisschen Action halt. Das ist ja auch das, was jetzt bei der letzten Handball-WM, da war ja auch so ein bisschen Hype. Da haben ja auch viele gesehen, wie cool das sein kann, wenn die da so ineinander reinrennen. Und ich glaube, das war das Spektakuläre. Da haben doch alle so drüber, alle so gesagt, boah, die sind ja viel krasser als Fußballer, die weinen nicht so rum und so. So habe ich es wahrgenommen, als das wieder mehr Leute geschaut haben, Handball. Ja, aber das stimmt schon. Da kam dann wieder so diese Debatte mit Fußballern, diese Verweichlichten, die einmal irgendwie über den Grasheim stolpern und dann für fünf Minuten auf den Boden wälzen. Und die Handballer, die halt irgendwie einen Ball mit 200 kmh erstens ins Gesicht kriegen, dann noch umgerempelt werden, aber dann trotzdem noch durchspielen. Aber ja, also ich tue mich immer schwer, was Olympiade und allgemein so diesen Hype angeht, weil im Endeffekt, ich bin da das beste Beispiel dafür, im Endeffekt guckt man sich trotzdem irgendwie nur diese Sportarten an, wo die halt auch alle Medien vorgaukeln, so das ist das Event. Also ich finde, man kommt gar nicht in diesen Genuss, so seine eigene Sportart und seinen eigenen Favor rauszusuchen, weil es einem einfach schon irgendwie so vorgekaut wird, was du anschauen musst und was halt nicht. Und das finde ich so ein bisschen schade. Ja, es wird nicht alles übertragen, aber gibt es da nicht mittlerweile dann auch übers Web irgendwelche Streams von allem Möglichen? Also das weiß ich bei der EM. WM letztes Jahr in Berlin, da hast du vom Öffentlich-Rechtlichen, ich glaube, von beiden Programmen hast du da ewig viele Livestreams über Sportschau und ZDF Sport extra zur Verfügung gestellt bekommen. Das finde ich ganz cool. Aber trotzdem, weißt du, da wird dann schon wieder das, wo vielleicht interessant sein könnte, wird halt wieder von der Bildfläche genommen. Und dafür halt wieder die Sportarten, die es eher am wenigsten brauchen, weil sie einfach schon so einen Hype da und so einen Nachwuchs auch da haben, dass es dann halt erst übertragen wird. Finde ich ein bisschen schade, dass auch da immer diese Es-muss-sich-rentieren-Einstellung rauskommt. Ja, aber mittlerweile kann man doch im Internet fast alles sehen. Jeder kann heutzutage streamen. Ich habe das Gefühl, kann man nicht bei FUPA oder so und dann auch ein Spiel von der Bezirksliga Z in Buxtehude schauen. Du brauchst jemanden, der das einstellt. Also da gibt es eine Möglichkeit, wie du die Highlights selber mitfilmen kannst. Du brauchst halt irgendeinen Verrückten im Verein, der jetzt sagt, ich fahre eh auf jedes Spiel mit. Oder eine Spielerfrau, die halt sagt, ja, mein Mann kickt da eh und deshalb sind wir da eh mit dabei. Da kannst du das so Highlights einreichen und dann gibt es auch genügend Leute, die das drüber kommentieren, also die dann auch noch einen Kommentar drüber legen. Ja, klar, streamen kann man schon alles und überall. Aber mal ganz ehrlich, wenn du jetzt, nehmen wir an, du bist so als kleines Kind, so, du bist so 4, 5, es überlegt sich so langsam, in welche Richtung du halt auch so dich in einem Verein betätigen willst und du hockst zum Beispiel an einem Sonntagabend bei Oma noch beim Kaffee. Da läuft garantiert kein Webstream. Weißt? Das stimmt, aber was läuft denn bei der Oma? Fernsehkarten. Ich sehe lauter tote Menschen. Willkommen im ZDF-Fernsehgarten. Ja, sowas. Und da ist ja auch kein Sport. Ja, wenn man sich für einen Sport entscheidet, meinst du, wie man da dazukommt? Ich glaube schon, dass da viel so mediale Berichterstattung einfach mit reinfällt. Also ich weiß nicht, wenn ich jetzt nicht irgendwie von Anfang an die Bundesliga gesehen hätte und dann auch noch daheim irgendwie noch Fußball gelaufen wäre, bei Oma und bei Papa und so, wäre ich ja dann nie dazugekommen, weil dann hätte ich mir wahrscheinlich, keine Ahnung, geguckt, was machen meine Mitschüler und dann wäre ich vielleicht ins Tourne gegangen, so. Ja, bei mir hat es auch in der Familie keiner geschaut, muss ich sagen. Trotzdem hat man halt geguckt, dass man einen Sport macht und dann war das erste halt Fußball. Ich glaube, das ist so, weiß nicht. Ich habe das Gefühl, das war auch zu der Zeit Standardding bei deutschen jungen Männern. Oder hier halt nicht deutschen, sondern halt allen jungen Männern, die müssen Fußball spielen und die Mädels ins Ballett. Das hat sich ja mittlerweile, glaube ich, auch geändert. Hoffentlich. Mittlerweile gehen die Jungs ins Ballett und die Mädels zum Fußball. Das ist jetzt alles möglich und das ist ja auch gut so. Jetzt sind wir ein bisschen schön abgedriftet von unserer kleine Diskussion über Olympia. Aber ich denke mal, unsere Phase bleibt, dass es auf jeden Fall vielleicht einfach auch mal ein mutiger Schritt ist, ein cooler Schritt ist, aber man aufpassen muss, dass man vielleicht so eine Sparta da nicht komplett irgendwie aus der Sparte rausnimmt. Richtig. Jetzt, das muss ich noch kurz sagen, Baseball wird auch olympisch. Meinsch, das nimmt da nicht auch was raus? Also ich habe das mal gesehen, das ist ultra langweilig, aber meinsch, da kommt dann auch USA, die USA-Mannschaft und macht alle platt oder wie läuft das? Oder sind die gar nicht interessiert, so wie die Deutschen am Fußball? Das Geile finde ich bei Baseball, die amerikanische Liga, bist du danach automatisch Weltmeister. Also da ist dann dieser Verein einfach der World Champion of Baseball, wo ich mir so denke, okay, ohne überhaupt mein internationales Turnier auszutragen, bist du schon die beste Mannschaft der Welt. Spielt da auch Südamerika mit? Also ich glaube nur Nord- und Mittelamerika. Weil in Mittelamerika ist das auch mega gehypt. Da guckt jeder, da war ich mal in ein paar Ländern reisen und da guckt jeder nur Baseball. Ich habe es aber auch schon ein paar Mal gesehen in Heidenheim, also die Heideköpfe, die spielen ja auch regelmäßig um die deutsche Meisterschaft. Du kriegst halt davon nichts mit. Also wenn mich meine Mutter, Shoutouts dabei kurz an Mami, wenn die mich nicht mitgenommen hätte zum Baseball schauen, da sind wir mit dem Rad irgendwie von Gingen nach Heidenheim, zwölf Kilometer, hat einen schönen Ausflug gemacht, dann hat sie gesagt, hey, komm, wir gehen Burger essen beim Baseball. Und ich so, oh ja, können wir machen. A, Burger sind cool und B, Baseball wollte ich eh schon immer mal anschauen. Das ist an sich so eine krass taktische Sportart. Und du musst da echt mal, ich finde halt, diese Aktion, die die Tränen immer machen mit ihren auf dem Fuß rumgedrücken und dieses Rumgehample für den Spielzug ansehen, ich finde das extrem krass. Ich habe keine Ahnung, ich trage nur Baseballcaps. Das ist mein Schlusswort. Dann sage ich vielen Dank, Hans. Bitte gerne, immer wieder, falls du Fachleute brauchst, ich melde mich gern wieder. Und dann, ich fand noch deine Aussage zum Motorsport ganz interessant, mit Formel 1. Ich glaube, da hole ich mir auch noch irgendjemanden her und quatsch mal über... Ich weiß schon, wen. Wen? Darf ich das on-air verraten? Vielleicht. Michi T. Ja, vielleicht, wer weiß. Dranbleiben lohnt. Ah, was ich, oh, Hans, das hätte man fast vergessen. Bevor es immer zur Pause geht, packen wir immer noch einen Song auf unsere Tribünendach-Playlist. Und du darfst natürlich auch als Musikredakteur einen Song auf die Playlist packen. Äh, ja, eins muss ich noch sagen, ich war auch mal in einem Rennteam tatsächlich. Was? Ja. Und da können wir dann... Entenrennen? Da können wir dann mal drüber sprechen. Nee, Motorsport. Motocross? Nee, nee, Elektroauto. Echt? Ja. Ja, können wir dann das nächste Mal drüber quatschen. Wenn da Michi Trost dabei ist. Und ja, ich wünsche mir oder schlag vor hier, Juse, Juh und Dexter... Pain is love? Pain is love. Pain is love. Love is pain. Pain is love. Ich pack, ähm... Ich pack die Beastie Boys mit Sabotage auf unsere Tribünendach-Playlist. Sehr schön. Sehr schön. Also, ich bin Tim und ich finde Radio 3FM super. Wuhu! Und willkommen zurück zu Tribünendach, dem 3FM-Podcast. Gerade hatten wir noch einen Hans zu Gast. Mit ihm habe ich ein bisschen über Skaten und Sonstiges gequatscht. Jetzt ist es mittlerweile, ich bin ehrlich, kurz vor 0 Uhr. Es ist immer noch Dienstag. Aber the show must go on. Und jetzt habe ich mir einen sehr langen, langen Kumpel, kann man ja schon sagen, einen sehr guten Freund dazu gehört, geholt. Wir haben schon zu Drittliga-Zeiten gemeinsam Fußball geguckt. und dann dachte ich mir, warum quatschen wir nicht ein bisschen über die 3. Liga? Da ist der 1. Spieltag rum und quatschen dann und noch anschließend ein bisschen über die 2. Liga. Ich darf dich vorstellen. Hi Dani! Servus Leute, ich bin's Dani, langjähriger Kumpel von Dominik. Jo, fangen wir mal an über die 3. Liga. Er war ja schon mal ein sehr torreicher 1. Spieltag. 3 zu 3, 4 zu 1, wenn mich nicht alles täuscht. Es war ja wieder massig was los. Ich finde eh, die 3. Liga ist ja bekannt eigentlich dafür, dass relativ viele Tore fallen. Wie hast du so den ersten Spieltag bisher so gesehen? Ja, muss man schon sagen, 3. Liga ist allgemein ziemlich ausgeglichen dieses Jahr. Vielleicht auch so stark wie nie mit den traditionsreichen Klubs. Auch so viele wie nie in der 3. Liga. 1860, Kaiserslautern. Mit dazugekommen Waldhof Mannheim, Aufsteiger aus der Regionalliga Südwest. Ja, auch zum Beispiel Magdeburg als Zweitliga-Absteiger, Riesentraditionsklub. Hatten wir auch zu Spiel Magdeburg gegen Braunschweig, was 2 zu 4 ausging und Eintracht Braunschweig letztes Jahr knapp dem Abstieg entgangen. Aber für mich auf jeden Fall auch, wenn man jetzt mal damit darüber spricht als Aufstiegskandidat, Eintracht Braunschweig kann man schon sagen, für mich dieses Jahr einer der ernsthaften Aufstiegskandidaten. Ja, Braunschweig habe ich auch schon öfters gehört eigentlich. Die waren ja eigentlich schon so gut wie tot letztes Jahr, aber dann irgendwie durch ein krasses Finish sich dann doch noch aufs rettende Ufer. Genau. Aber wir müssen auch kurz quatschen über Karzeis Jena gegen Ingolstadt. Ich glaube, ein Spiel, das Kurioser kaum laufen kann. Karzeis Jena führt 1-0 und dann hat sich Saar gedacht, du kriegst zwar Saar vom VfR, aber den VfR nicht aus Saar. Richtig. Saar, ja. Mit zwei Eigentoren direkt mal in die Saison gestartet. Habe ich vorhin erst gelesen, es gab schon mehrere Leute, die das geschafft haben, aber es ist schon ziemlich lange her. Ja, du musst erst mal das schaffen. Zu deinem Debüt wieder für den neuen Arbeitgeber am ersten Spieltag direkt mal schön zwei Eigentore reinhauen. Eins schöner als das andere, beim ersten noch ein bisschen machtlos, finde ich, da kriegt er die Kugel halt echt unglücklich. Das sagt man mal so, wenn er nicht da gewesen wäre, hätte ihn ein anderer über die Linie gedrückt. Das Zweite war ein sehenswerter Kopfball. Muss man dazu sagen, ja. Das Zweite vor allem war sehr sehenswert auf jeden Fall. Drei Punkte geschenkt für den FC Ingolstadt. Ja, voll. Muss man ganz klar sagen, ja. Ich denke mir auch, also gerade, Ingolstadt, sehr glücklicher Start jetzt hier in die Drittliga-Saison, waren ja auch, also haben glaube ich den teuersten Kader jetzt in der dritten Liga und an sich müssen die auf den Wiederaufstieg spielen, aber ich glaube, ich glaube nicht, dass sie damit gerechnet haben, dass sie schon am ersten Spieltag so ein Schwitzen kommen. Ne, hätte ich auch nicht gedacht. Die haben zwar voraus gemeint, Karlsersjena wird ein hartes Stück auswärts, aber sind sie doch schon ziemlich in die Bredouille gekommen mit dem 1 zu 2, was ja wirklich eigentlich, ja, ja, es war geschenkt, es war nicht mehr verdient, glaube ich. Also mit dem Punkt hätten sie sich nicht beklagen dürfen, ja. Ich denke eh, Ingolstadt hat dieses Jahr meiner Meinung nach, sie haben selber gesagt, Aufstiegs, also Zielaufstieg, weiß ich nicht genau, ob das so konkret ist, wie alle denken, aber Ingolstadt sehe ich gar nicht so in der vorderen Reihe, eher zum Erweitertenkreis vielleicht als Aufstiegskandidat, ja. Welche drei Mannschaften siehst du oben? Also wie gesagt, wie ich vorhin schon gesagt habe, Eintracht Braunschweig ist für mich eigentlich Aufstiegskandidat Nummer 1, Magdeburg als Absteiger, klar, die haben das zweite Liga-Jahr, das zweite Liga-Jahr gehabt, aber für mich auch eigentlich nicht so die Mannschaft, die da direkt mitspielen kann, weil sie hatten viele Abgänge, Türpitz zum Beispiel war ein Topmann, der hat die eigentlich im Alleingang zum Aufstieg geschossen in die zweite Liga, da gibt es noch einen Beck vorne, aber ist auch schon ins Alter gekommen und nicht mehr in der Form, hat eine schwere Verletzung gehabt zum Ende der Saison letztes Jahr. Da würde ich sagen, Braunschweig, Hansa Rostock auf jeden Fall, auch wenn die zwei namhafte Abgänge haben mit Biancardi und Hüsing, die waren auch zwei Stützen, aber Braunschweig, Hansa Rostock und ja, die dritte Mannschaft, sagen wir mal Relegation, sind dann so die Kandidaten vielleicht, auch Duisburg finde ich, obwohl die ziemlich schlecht waren in der letzten Saison, aber Duisburg für mich mehr als Ingolstadt, auch wenn das jetzt ein bisschen so dahergesagt klingt, aber ich weiß nicht, Duisburg ist für mich mehr als Ingolstadt dieses Jahr. Solange der Teuter nicht pennt bei irgendwelchen Anstößen. Oder der eigene Spieler kein wunderschönes Kopfballtor ins eigene Tor macht. Ach ja, gab es das. Oh Gott, das weiß ich nicht, da habe ich die Highlights für gemacht, bei Heidenheim gegen Duisburg und da sehe ich das Video und habe ich auch noch darüber kommentiert, und was macht der da? Also, ich gehe mit mit Duisburg, glaube ich, auch noch eher als jetzt vielleicht Ingolstadt, aber welche Mannschaft ich so echt krass auf dem Zettel habe, ist bei mir Uerdingen. Stimmt, die, ja, stimmt, wäre jetzt auch die Mannschaft, die am nächsten so dran wäre bei mir mit Uerdingen, ja, also ein Kader, der gespickt ist mit Spielern, die einen Haufen Spiele schon in der ersten oder zweiten Bundesliga gemacht haben und auch aus dem Ausland, glaube ich, ich weiß nicht, ich glaube, ein oder zwei Spiele haben sie jetzt schon vom FC Zürich geholt. Sogar letztes Jahr Euroleague gespielt. Der Bruder von Rodrigues kann es sein, der spielt bei Uerdingen. Ja, also Uerdingen ist für mich auch so nach den zwei anderen, Rostock und Braunschweig, eine Mannschaft, die auf jeden Fall den Aufstieg schaffen kann. Was war so für dich die Überraschung vom ersten Spieltag? Überraschung vom ersten Spieltag? Puh, schwierige Frage. Hauen wir mal die Ergebnisse raus. Müssen wir mal kurz wieder recherchieren. Ganz witzig, wir sind hier gerade in einem sehr professionellen Studio und zwar nehmen wir gerade in meinem Auto auf. Es ist, wie gesagt, es ist kurz nach 0 Uhr. Es ist jetzt schon Mittwochmorgen, aber wie gesagt, the show must go on. Jetzt blicken wir mal zurück auf den ersten Spieltag. Ja, Duisburg, ja, mit dem 4 zu 1 hast du schon angesprochen gehabt. Bayern 2 startet relativ schlecht in die neue Saison. haben ja aber an sich auch ihren Kader eigentlich so aufgeputscht, dass es ja eigentlich für die Münchner, also dieser vorletzte Platz, ich glaube nicht, dass sie den so lange bei sich halten werden. Ne, denke ich auch nicht. Vor allem sind es sehr viele Spieler, die eigentlich mit Probeverträgen, glaube ich, ausgestattet sind. Die spielen um Spielpraxis zusammen, eben mit der Reservemannschaft. Ich denke mal, dass da Bayern 2 wird schon zu tun haben, aber ich denke mal, ganz knapp über dem Strich könnten sie landen. Also da wäre für mich eher Groß Asbach so ein Kandidat, der vielleicht eher in die Vierte Liga geht oder der SV Meppen, wenn ich gerade sehe, die haben das erste Spiel zu Hause 0 zu 2 gegen FSV Zwickau vergeigt. Stadt mit C, Zwickau. Ja, genau. FSV Zwickau. Vielleicht auch dieses Jahr eine Überraschungsmannschaft, aber glaube ich eher nicht. Oder da haben wir noch das 3 zu 3 von Hansa Rostock gegen Viktoria Köln. 3 zu 0 hat Hansa Rostock geführt. Ja, das muss man alles mal hinkriegen gegen den Aufsteiger. Genau. Lustige Geschichte dazu. Albert Bunyaku, den kenne ich noch von früheren Zeiten, vom FC Rot-Weiß Erfurt. Der hat in dem Spiel mit 35 eben mal so einen Doppelpack geschossen. Ist jetzt auch nicht gerade so. Da habe ich schon mit einem Kumpel drüber geredet, dass ich deshalb Viktoria Köln extrem weit oben sehe sogar dieses Jahr. Also ich glaube nicht, dass die großartig was mit dem Abstieg zu tun haben werden. Weil eben Graz und Albert Bunyaku mit seinem Alter vorne drin, glaube ich schon eine wichtige Instanz und auch so eine Größe sein kann, die irgendwie so eine komplette Mannschaft halt auch mitzieht. Ja, wenn man da mal guckt, Köln, äh, nicht Köln, äh, Nürnberg war es bei Bunyaku, äh, dann natürlich Erfurt war ja so ein bisschen so seine Blütezeit. Wobei bei Nürnberg hat er glaube ich auch wichtige Boden geschossen. Ja, wenn man so sieht, 55 Spiele, 14 Tore von 2'9 bis 2'12. Bei Lautern einiges an Spielen gemacht und dann kommen halt noch so Experimente wie St. Gallen, Aue immerhin, 2. Liga, glaube ich, noch zu der Zeit. Ja, und jetzt Viktoria Köln. Finanziell, glaube ich, auch nicht gerade eine schlechte Adresse. Ja, ich denke mir auch, jetzt vor allem mit in dem Alter noch mal so einen entspannten Drittliga-Ausklang kann man ja durchaus mal machen. Genau. Es gibt ja allgemein viele Spieler, die dann noch mal den Sprung, in Anführungsstrichen, wagen in die 3. Liga. Ich habe da mal mit ein paar gesprochen, auch mit Andi Hoffmann, früherer Viert-Spieler, Viert-Profi in der 2. Liga, hat dann letztes Jahr auch für ein KSC Drittliga gekickt und der war dann irgendwie auf so einem Sommer-Jugend-Camp im Ahlener Raum, da war ich für die Zeitung und da habe ich mit ihm gequatscht und dann hat er halt auch gesagt, hey, die 3. Liga, es ist an sich, es ist echt beschissen, weil du weißt halt einfach nicht, wie es für dich weitergeht, weil du bist irgendwie schon Profi, aber du bist halt weit weg von dem Gehalt irgendwie als Profi und wenn du halt jedes Jahr, vor allem für ein KSC, jedes Jahr, dass du da in der 3. Liga kickst, ist eigentlich ein weggeschmissenes Jahr auch vom Finanziellen her. Man muss auch sagen, ein Kollege von mir, der auch mit eigentlich in dem Podcast extrem involviert ist, an die Kohle, Grüße gehen raus, riesen HSC-Fan, wir sind eine bunt zusammengewürfelte Truppe, man kann ja auch sagen, du als Bayern- und Heidenheim-Fan. Ja, wobei, sag mal so, da überwiegt schon mehr das Schwabenherz, muss man schon ganz klar sagen. Also auch VfB-Fan, ich VfB-Fan, Louis Sympathie für den VfB und vor allem auch für den BVB, also es ist so bunt durchgemischt, ich glaube, wir sind so das Beispiel für Fanleben und Fanlieben, was so gerade den Fußballsport angeht. Ja, KSC, vielleicht schon mal so ein kleiner Teaser, wir quatschen auch gleich noch ein bisschen über die zweite Liga, aber lass uns doch mal einen Blick auf den nächsten Spieltag in der dritten Liga werfen. Die dritte Liga fängt ja dadurch, dass eben 20 Teams mit dabei sind, immer schon eine Woche vor der zweiten Liga an. Ich finde es dann auch gerade krass, also normalerweise hast du ja dann immer so immerhin in diesem Spät-Juli, wo es halt echt Bockheiß ist, eigentlich immer noch so Pause, die dritte Liga darf da schon rechtzeitig ran. Haben wir auch vorhin schon im Part über Olympia gequatscht, dass ich es schon auch echt ein krasses Unding finde, jetzt auch für olympische Sportler oder eben halt auch für Fußballer. Ende Juli, du musst halt voll da sein, obwohl draußen halt eher noch so gefühlt Radler und Freibadwetter ist. Muss man auch ganz klar sagen, bei solchen Temperaturen ist es nicht gerade angenehm, Leistungssport. Man sieht schon, ein Topspiel, das sich auf jeden Fall anbahnt, am Samstag um 14 Uhr, Braunschweig gegen 1860. Haben wir auch in unserer ersten Folge mal ein bisschen drüber gequatscht. 1860. Ismail hat sich jetzt ja auch mal nach sehr langer Zeit mal wieder zurückgemeldet medial und dann ja auch mal kurz alles auf den Putz gehauen, was nur möglich war. Also findest du, dass er für Verhältnisse der 60er seine Rolle übertreibt oder dass er damit schon auch Recht hat? Also ich muss ehrlich sagen, auf dem guten Stand wie du mit Ismail bin ich jetzt nicht. Ich habe heute was gelesen, wo es darum geht, dass 1860 München das Stadion Grünwalder Straße ausbauen wird oder ausbauen kann. Die Stadt München wird das genehmigen oder die Parteien im Einzelnen im Rat. Ja, hat er sich relativ bedeckt eigentlich gehalten. Und er, ja, also für mich klang es so, als ob er da eigentlich Unfug hält, das Stadion zumindest mit der Modernisierung auf 18.000 dann zu setzen. Das würde dann zweitligatauglich sein, haben sie gesagt. Aber, ja, also ich finde eher, dass er sich noch ziemlich im Hintergrund hält, auch wenn er finanzielle, eine Finanzspritze, sag mal so, angeboten hat für diese Saison oder für Transfers für diese Saison, um die Karte noch ein bisschen zu erweitern. 60 spielt ja eigentlich mit ihrer, ja, mit ihrem Verein im wahrsten Sinne. Also, wenn die jetzt irgendwie nicht wieder so langsam mittelfristig oder besser gesagt kurzfristig auch wieder den Sprung aus der dritten Liga raus schaffen, habe ich halt schon so ein bisschen die Sorge, dass dann 60 einfach so ein bisschen in nostalgischen Gefährten sich verirrt und die ganze Zeit der Blick zurückgeht auf ehemalige Bundesliga-Zeiten und Zweitliga-Zeiten. Aber eigentlich ist der Verein dann in der Irrelevanz verschwunden. Kann man schon so sagen, ja. Gerade wenn man, ja, da muss man, da gibt es ja auch viele Vereine, wo ich mir echt so ein bisschen Sorgen, die mir so ein paar Sorgen bereiten. Gut, bei Braunschweig, klar, Gründungsmitglied damals haben wir nicht alles täuscht. Klar haben auch ihre Traditionen, aber zum Beispiel auch Mannschaften wie der 1. FC Kaiserslautern, die haben eigentlich nichts in dieser Liga zu tun. Man kann auch zum Beispiel ja noch einen Blick in die Regionalliga werfen. Ja, das ist noch krasser vielleicht. Jetzt vielleicht mit Waldhof Mannheim mal wieder eine Mannschaft, die so von der Tradition jetzt mal wieder den Sprung in den höherklassigen Fußball geschafft hat, wobei man da ja auch sagen muss, mit einer sehr tragischen Geschichte eigentlich, nachdem man irgendwie dreimal Drittliga-Regionalliga-Meister wird und dann halt einfach im Elfmeterschießen in den Playoffs scheitert. Das ist halt auch eine Scheiß-Regelung, das muss man halt auch einfach so sagen. Aber da freut es mich, dass Mannheim jetzt mal wieder angreifen kann. Ich habe auch schon gesagt, es gibt sehr geile Derbys dieses Jahr in der 3. Liga, also die ist auch ziemlich stark. Ich finde die 2. und die 3. Liga dieses Jahr eigentlich fast interessanter als wirklich jetzt die Bundesliga, weil da habe ich Schiss, dass es einfach wieder nur zwei Mannschaften gibt, die oben einfach wegspielen. Und meine einzige Hoffnung, und das tut mir echt weh, das übers Herz zu bringen, dass nicht Bayern nur Drittliga-Meister wird, ist für mich dieses Jahr Leipzig und das spricht, glaube ich, schon Bände für den Fußball. Ja, was soll man dazu noch sagen? An sich hat es Leipzig genau richtig gemacht. Die haben eine Truppe, die jetzt echt schon sehr lange zusammenkickt, haben mit Luckman jetzt ziemlich sicher den Transfer fix, war ja erst geliehen, dann noch verletzt, wenig Einsätze gehabt, war noch nicht so ganz, so die erhoffte Stammkraft, aber das kann ja alles noch werden, ist ja auch noch extrem jung. Und ich glaube einfach, dass Leipzig halt einen guten Start braucht, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass Bayern den nicht haben wird, dadurch, dass da einfach zu viel Wirbel rumkommen, was passiert mit Boateng, warum darf jetzt Sanchez wieder vorne ran, wenn man jetzt die Hollywood-Tour von Lola Mateos sich anguckt. Glaube ich, dass Bayern extrem holprig starten wird, da muss Leipzig dann kommen, da muss dann auch Dortmund kommen und angreifen und wenn das wirklich passiert, dann kann ich mir vorstellen, dass die Liga interessant wird, Gladbach nicht zu vergessen, aber ich habe im Endeffekt, wissen wir doch eh eigentlich gefühlt alle, woraus sie hinausläuft. Ich habe mal geguckt, ich glaube, jeder Zweiklässler, der oder der nächste in die zweite Klasse kommt oder sogar in die dritte Klasse, kennt keinen anderen deutschen Meister als den FC Bayern. Come on, das ist langweilig. Das musst du als Bayern-Fan zugeben. Ja, aber letztes Jahr war die beste Möglichkeit für Borussia Dortmund, deutscher Meister zu werden. Also ich muss ehrlich sagen, wer mit neun Punkten Vorsprung zur Herbstpause, Herbstmeister auch noch geworden, wer da nicht Meister wird, der hat nicht mehr alle Latten am Zaun. Ja, das stimmt, da muss ich Dortmund schon selber ein bisschen an den Kopf und an die Fühler fassen. Aber das tat mir so leid irgendwie. Ja, ich habe mir halt auch gedacht, wie gesagt, ich auch als Bayern-Fan, ja, das war natürlich nicht cool oder die Tabelle so zu sehen zur Pause, aber irgendwann mal denkt man sich halt, ja, also ich war auch einer, derjenige gesagt hat, ganz ehrlich, die neun Punkte sind für mich jetzt auch noch kein Brett, aber es sollten jetzt nicht mehr werden und nachdem dann das direkte Duell auch noch an Dortmund ging, glaube ich sogar, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Das Erste. Das Erste, ja, genau, stimmt, das Zweite war ja dann Das war eine Abschlachtung. Ja, um da mal richtig zu bleiben jetzt. Das ist wieder so lange her. Ja, da muss man schon sagen, Dortmund, wer neun Punkte verspielt, hat es halt aber auch nicht verdient, Deutscher Meister zu werden. Aber was man jetzt auch, wenn man jetzt gerade schon bei der Thematik sind, Dortmund-Bayern, Dortmund mit den krassen Transfers, Bayern bedeckt sich und der Umbruch bei Bayern, der steht ja jetzt eigentlich unmittelbar bevor. Vorhin kam erst die Meinung rein, Uli Hoeneß wird nächstes Jahr, oder besser gesagt, dieses Jahr im September, Oktober, je nachdem, ich weiß gar nicht mehr, wann genau die Wahl ist, nicht mehr kandidieren beim FC Bayern. Wer kommt da? Das ist ein richtiger Schritt, glaube ich, weil selbst, da es überhaupt noch mal Präsident geworden ist, hat ja viele verwundert, oder dass er sich überhaupt noch mal kandidieren lässt. Aber jetzt zu sagen, er lässt sich nicht wieder aufstellen, oder voraussichtlich lässt er sich nicht wieder aufstellen zur Wahl zum Präsidenten, sagt schon auch einiges darüber aus, dass auch in der Führungsebene der Umbruch dann vielleicht fließend übergehen soll. Und auch mit Karl-Heinz Rummenigge, der hat, glaube ich, für das nächste Jahr angekündigt, zumindest zum Auslaufen von seinem Vertrag als Vorstandsvorsitzender, nicht mehr anzutreten zur Wahl. Also ich finde, das sind dann schon Zeichen, dass auch für diejenigen da oben dann heißt, hey, wir waren jetzt halt gefühlt so langs den Jahres. Ja, also wirklich, da finde ich schon gut, die Entscheidung da andere Leute dann ranzulassen, jüngere vor allem. Das heißt, Hasan Saliamidzic, Braco for President. Braco for President. Ja, was die Personale Saliamidzic angeht, ja, ist für mich, glaube ich, auch nicht der Beste für den Posten. Wenn man seinen Arbeitsnachweis, ist er jetzt auch nicht gerade der Beste. Aber er ist halt ehemaliger Spieler, ist halt verdienter Spieler, muss man schon sagen, aber da hätte ich, glaube ich, jemand anderen auf den Posten gesetzt als jetzt Braco. Bestbezahlteste Praktikant im Fußball. Ja, wenn man so will. Wenn man so will, kann man das schon so sagen, ja. Dann würde ich sagen, machen wir mal einen kurzen Cut und quatschen gleich noch über die 2. Liga. Das war so ein bisschen 3. Liga mit einem Ausblick in die große Bundesliga. Dani, wir haben eine eigene Playlist, wo jeder immer einen Song draufpacken darf. zwischen den Pausen. Das heißt, dass man sich halt einfach diese Playlist geben kann, ein bisschen mitbekommen, was die Leute eigentlich auch so hören. Und jetzt ist meine Frage, ich überrasche dich damit jetzt ein bisschen, weil das habe ich dir nicht gesagt. Aber ein Song, den du auf die Wellenbrecher-Playlist packen würdest, da kann ich ja nicht einfach wirklich deinen Song sagen, oder? Sollte schon, wenn du natürlich einen mit Fußball zu tun hast. Boah. Ja, gut. Also mit der Frage hast du mir jetzt gerade ziemlich den Boden vor den Füßen gezogen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen schwach, aber mir fällt jetzt auf Anhieb wirklich keiner ein, der jetzt zu eurem Genre oder wie auch immer passt. Da fällt mir jetzt gerade ne. Da müsstest du mir auf die Sprünge helfen. Dann suche ich jetzt einfach. Eine kleine Auswahl vielleicht. Zu der kann ich mir was aussuchen. Dann nehme ich jetzt mal einen schönen FIFA-Track. Clement and the Warfino mit Us Against the World. Klingt gut. Hast auch noch einen. Ach so. Ey, du bist so ein Zocker gewesen. Jetzt kommt, da fällt dir doch einer ein. Ja, ich weiß nicht, ob ich mit... Ja, hol einmal raus. Das ist jetzt ein bisschen neu. Ja gut, ich möchte jetzt nicht was Falsches sagen. Eigentlich gehört es schon zur neueren FIFA-Reihe. Das ist ja, glaube ich, jetzt drei Jahre. Aber für mich war es so der Favorite von den letzten... Von den letzten Jahren war es schon der Knallersong. Eigentlich Quops mit... Wie war es denn nochmal? Walk? Walk, genau. Ja, pack mal das drauf. Ich danke dir. Und wir quatschen gleich weiter über die Zweite Liga. Dranbleiben los. Listen to Radio Free FM. Commercial Free. All day, all night. Tune in and turn it up. Willkommen zurück zur Tribünendacht, dem Free FM Sportpodcast. Oder wie wir es nennen, Sportcast. Wie immer zuerst morgens von sechs bis sieben am Donnerstag und danach natürlich auf unserer Homepage und auf YouTube. Ich gucke gerade zu meiner Linken und sehe einen gigantisch schönen Mond aufgehen. Halleluja, Blutmond und Blutgrätschen heute hier. Was ne Überleidung. Was ne Überleidung. Ich bin immer noch mit dem Dani in meinem Auto. Es ist immer noch Mittwoch früh. Mittlerweile halb eins. Wir sind immer noch dabei, den Podcast jetzt zu finalisieren. Komm zu unserem letzten Themenblock. Und da haben wir gedacht, jetzt haben wir die dritte Liga. Jetzt können wir auch noch ein bisschen über die zweite Liga quatschen. Und die startet jetzt nämlich am Freitag. Das heißt, sobald ihr den Podcast hört, müsst ihr nur noch einmal schlafen, bis ihr die zweite Liga starten sehen könnt. Und das auch gleich mit einem Kracher, wie es eigentlich besser nicht hätte sein können. Stuttgart gegen Hannover. Zwei direkte Wiederaufstiegskandidaten. Auf jeden Fall, ja. Zweite Liga geht wieder los. Endlich. Das Warten hat ein Ende. Stuttgart gegen Hannover 96. Ist auf jeden Fall besser. Könnte man die Paarung nicht setzen eigentlich zum ersten Spieltag. Freitag. Freitagabend. Zur besten Sendezeit. Ja. Da ist auf jeden Fall Dampf im Kessel, würde ich sagen. Ja. Dann auch noch das Spieljahr in Stuttgart. Die Karten waren extrem schnell weg. Ich habe mich auch um welche bemüht. Ich bin ja ganz ehrlich. Ich bin ja offenkundiges VfB-Mitglied. War aber nicht bei der Wahl. Also ich war nicht beim WLAN-Gate und Dietrich-Gate mit dabei. Dafür war ich noch nicht lang genug Mitglied. Aber ich wollte auch Tickets unbedingt für das erste Spiel haben. Gab dann keine mehr. Nur noch irgendwie für 60 Euro auf der Haupttribüne. Also das ist mir dann halt irgendwie auch nicht wert. Also da macht sich dann irgendwelche Bezahlabos dann doch. Da lohnt es sich dann schon irgendwie. Wie 120 Euro für zwei Leute. Aber man muss schon sagen, die zweite Liga, die ist ja extrem stark besetzt. Du hast gefühlt zwölf Mannschaften, die um den Aufstieg spielen können. Und dann hast du aber auch zwölf Mannschaften, wo du sagen könntest, die können auch genauso gut runtergehen. Und eine Personalie, die ja auch schon direkt eigentlich in Erscheinung tritt aufgrund eines sehr komischen Wechsels innerhalb der Liga. Es zieht ihn zurück zur alten Liebe. Der Ex-VfB-Keeper Ron-Robert Zieler wird jetzt direkt am ersten Spieltag wieder bei seiner alten Heimat auflaufen dürfen. Aber halt eben mit Hannover 96. Ein Wechsel, der für mich etwas fraglich war. Du als Außenstehender, wie hast du eigentlich so den Wechsel wahrgenommen? Ja, Ron-Robert Zieler, Weltmeister, der gesetzt war beim VfB. Mit dem VfB auch abgestiegen ist. Deswegen auch für mich als Außenstehender ein ziemlich seltsamer Wechsel. Aber ja, ich denke mal, Ron-Robert ist schon im gewissen Alter, wo man sich ja doch denkt, vielleicht nochmal, ja eigentlich nicht was Neues, aber zur alten Wirkungsstätte zurück, wo er ja so, wie er jetzt ist, groß geworden ist in Hannover, auf ihn gesetzt wurde als junger Kerl, direkt als Nummer 1 und so auch zum Nationalspieler aufgestiegen. Und ja, ist auf jeden Fall interessant, den wiederzusehen bei Hannover, gerade in Stuttgart dann auch noch. Ich kann mir vorstellen, dass er da auch recht herzlich begrüßt wird. Wahrscheinlich, wie es sich mittlerweile im Profifußball gehört, mit einem krölenden Pfeifkonzert. Und auch eine Entwicklung, die ich sehr krass finde, irgendwie Spieler, die mehrere Jahre in einem Verein tätig waren und dann aber so gnadenlos ausgepfiffen werden. Finde ich eine Entwicklung, die ich sehr schade finde im Fußball. Aber man muss dann auch irgendwie, ja Fans müssen dann auch, habe ich das Gefühl, manchmal einfach hier in Unmut kundtun. Jetzt haben sie Dietrich raus beim VfB. Das heißt, an sich müsste die Grundstimmung jetzt eigentlich relativ positiv sein. Aber ich glaube trotzdem, das ist da echt krass. Vor allem der VfB, jetzt war es nicht Karazor, der andere Spieler mit K im Sturm. Das ist jetzt erstmal für, also das komplette, alles was du dir im Bein, im Knie reißen kannst, gerissen, Außenband, Innenband und das ist wahrscheinlich noch... Karazic war es, genau. Genau, Karazic. Alles, alles gerissen. Drei Bänderisse fällt jetzt erstmal für acht Monate aus, wenn mich nicht alles täuscht. Dann beim VfB ein Abgang nach dem anderen. Don ist jetzt im Gespräch zu Spartak, wenn mich nicht alles täuscht. Moskau. Zweistellige Millionensumme hofft sich da der VfB davon. Aber dann gibt ein Hitzitzberger bekannt, dass man ja die Jugend fördern muss. Und dann wird erstmal der Jakub zum FC Bayern transferiert. Die Sturmhoffnung nach Gomez damals, dass jetzt wieder einfach dieser Spirit von diesen jungen Wilden wieder aufkommt. Der jetzt erstmal verkauft. Also ich glaube, der VfB. Ich habe ja auch schon mit meinem Vater geredet, mein Vater auch VfB-Fan. Da haben wir auch schon gesprochen. Wahrscheinlich wäre es auch gar nicht so verkehrt, weil der VfB wird es sich finanziell leisten können. Vielleicht wirklich mal ein Jahr lang so ein bisschen den Hamburger Weg gehen. Der kostet eigentlich. Den Hamburger Weg gehen und mal noch ein Jährchen Zweitliga-Fußball dranhängen. Weil ich sehe den VfB einfach gerade nicht in der Verfassung, dass ich wirklich damit rechne, dass die durchmarschieren. Ja, wenn wir da jetzt auf das Thema wieder zurückkommen, auch Aufstiegskandidaten in der zweiten Liga. Da ist für mich auch der VfB Stuttgart. Für mich aber eigentlich, ja Nummer eins nicht. Aber ich glaube nicht, dass ich auch Stuttgart, also man hat es ja beim HSV gesehen, normalerweise direkt wieder hoch. Aber jeder hat gesagt, ein zweites Jahr, eine zweite Liga könnte euch nicht leisten. Jetzt ist es so. Ich glaube, den VfB könnte es auch insgesamt, um das ganze Klima mal wieder in den Griff zu bekommen und auch eine Mannschaft, die vielleicht dann auch zusammenbleibt. Ja, vielleicht einfach zwei Jahre zweite Liga und dann eben im zweiten Jahr den Aufstieg konkret anpeilen. Das wäre für mich, glaube ich, eher der bessere Weg. Weil ich denke mal, Hamburg wird dieses Jahr, die haben es für mich auch von den Verstärkungen her richtig gut gemacht. Es sind etliche Spieler, die einen Haufen Zweitligaspiele Leistungsträger waren. Und ich glaube, Hamburg ist dieses Jahr wirklich für mich die Nummer eins, was den Aufstieg angeht und sollten sie eigentlich auch schaffen, denke ich mal. Ich kann mir allgemein auch gut vorstellen, dass zum Beispiel beide Hamburger Vereine dieses Jahr vielleicht den Sprung in die Erstliga schaffen. Dann hast du Überraschungsmannschaften wie letztes Jahr Regensburg, die an sich eigentlich auch so, die nicht weit davon entfernt waren, zu diesem spitzen Quintett mitzuspielen. Dann hast du Mannschaften, da muss man jetzt auch sagen, irgendwie einen 1. FC Heidenheim, der halt doch jetzt irgendwie letztes Jahr konstant durchgespielt hat. Da bleibt jetzt natürlich abzuwarten, wie jetzt halt auch so ein, wie ein Dovedan ersetzt werden kann und natürlich auch, ob ein Glatze bleibt. Da war jetzt ja auch Max-Liebhaber-Pokal, also irgendwie so der letzte Vorbereitungskick immer vor der Saison gegen Middlesbrough. Louis und ich haben kommentiert, Louis ist leider immer noch auf FSJ-Serminal. Ich glaube, der schafft gar nichts mehr und Grüße gehen raus und haben ja auch kommentiert und es stand 1-0 für Middlesbrough. Glatze kam rein, keine drei Minuten später hat er seinen ersten Treffer markiert, hat dann noch einen Dreierpack erzielt, einen lupenreinen Headtrick nach Einwechslung, noch einen Treffer vorbereitet. Hüsing hat dann auch nochmal eins gemacht, vorhin einen Abgang ja von Rostock, wo du in der dritten Liga gesagt hast, der durchaus schmerzlich sein kann. Biancardi hat ein sehr starkes Spiel gemacht für den FCH nach seiner Einwechslung, auch von Rostock, der zweite Mann, den du angesprochen hattest. Also da kann ich mir durchaus vorstellen, dass vielleicht, wer weiß, der FCH ist auch mittelfristig oder jetzt vielleicht sogar auch kurzfristig wieder unter die Top 4, 5 schafft. Dann eine Mannschaft, die ich dieses Jahr, der ich was zutraue, ist Bochum. Eine Mannschaft, die eigentlich auch schon seit vier Jahren hätte wieder aufsteigen müssen. Ja, Bochum ist so ein, ja... Es ist immer so ein Favorit, der aber nie der Rolle gerecht wird. Nein. Letztes Jahr, glaube ich, auch auf Rang 9 oder 10, es haben im Endeffekt auch nur 10, 11 Pünktchen gefehlt. Ja, es ist nicht viel, ja, eigentlich, aber... Zu dumm. Ja. Da fehlen einfach dann irgendwie... Gut, ich denke mir halt, weißt, wenn mein Onkel im Fernsehgarten am Sonntagmorgen auftritt und ich dann irgendwie mit seinem Namen irgendwie auf dem Platz stehe, dann wird es halt schon schwierig. Ja, mit dem Hinterseher das Problem hat, oder hat er dann nicht mehr bei Bochum als zukünftiger HSVler. Auch ein Wechsel, den ich nie verstehen werde. Ja, Lukas Hinterseher, starke Runde gespielt letztes Jahr. Ich glaube, Hamburg hat sich gedacht, wir brauchen unbedingt einen, um vielleicht irgendwie abzusetzen. Um ein bisschen Schwung in den Sonntagmorgen zu bringen, ich begrüße Sie ganz herzlich, meine Damen und Herren. Ich habe schon vorhin den Witz gebracht. Willkommen im, ich sehe nur tote Menschen, willkommen im ZDF-Fernsehgarten. Ja, also Hinterseher, ganz komischer Transfer, ich werde ihn nicht verstehen. Bochum, wie gesagt, eine Mannschaft, der ich vielleicht dieses Jahr hoffentlich zutraue. Weil ich grüße gehen raus an Rabea, die Freundin vom Pressesprecher in Bochum. Mit ihr quatsche ich hin und wieder mal und wir werden uns einfach nicht einig, was mit Bochum passiert. Es ist immer das Gleiche, wir hoffen, dass das passiert, aber dann halt passiert halt irgendwie doch nichts. Mittelmaß. Ja, einfach so, aber es ist gnadenloses Mittelmaß. Ja, muss man schon ehrlich sagen. Bochum war ja auch eine Mannschaft, die vom Transfer mäßig und auch vom Etat her eigentlich, also die dürften, was gibt denn das Rheinland noch mehr her? Also, sollen wir warten bis Bottrop oder Wattenscheid? Habe ich einmal ein Spiel kommentiert in Wattenscheid, DFB-Pokal? Ja, es geht Wattenscheid, ja. Dann der Vater von Sané, der ist ja, war der nicht sogar Funktionär dann da oder hatte sogar einen Posten? Auf jeden Fall natürlich Ehrenmitglied gefühlt bei Wattenscheid. Ist schon komisch irgendwie, also du fährst in Bochum, hast du immer noch ein schönes Stadion und in Wattenscheid, da bist du halt so mitten, also ich sage das jetzt auch nicht laut, wer bleibt ja alles unter uns, nicht? Aber da bist du halt mitten in der Pampa, das sind so, das sind, du bist umgeben von irgendwelchen Hochhäusern und dann auf einmal ragt da dieser Sportplatz hervor. Pott war. Ja, richtig Pott. Also mehr Pott geht nicht. Also vielleicht nur daheim im PC, da hast du vielleicht noch mehr Pott. Ich bin mir jetzt nicht genau sicher, ob ich es jetzt verwechsel mit Wattenscheid oder Wiedenbrück, die beide aber in der West gespielt haben, Regionalliger West. Ich bin aber ziemlich sicher, SG Wattenscheid hat, meine ich, Peter Neurohrer als entweder Sportdirektor oder Sportvorstand. Auf jeden Fall ist Peter Neurohrer im Gremium bei Wattenscheid. Und Wattenscheid hat auch Benefid-Spiel gehabt oder Rettungsspiel. Ja, denen geht es nicht so gut. Ich weiß nicht, ob sie abgestiegen sind, da ist jetzt mein Wissen nicht so hoch. Ja, Peter Neurohrer hat auch am Anfang gar nicht gewusst, dass von Wattenscheid die Rede ist. Das war die Story, genau. Hat er erst dann gedacht, ich glaube Schalke oder Bochum, einen von beiden muss er retten. Und dann so, ja, international wird es schwierig. Und dann sagt er, Peter, wir reden von Wattenscheid. Also Wattenscheid ist noch nicht abgestiegen. Ja, da kann ich ja mal wieder die Kalmung rausholen. Da muss ich sagen, Wattenscheid, das gefällt mir richtig, richtig gut. Da habe ich mir gedacht, wenn das mit Leverjusen dieses Jahr nicht mehr wird, dann nächstes Jahr, da mache ich die Manager bei die Wattenscheid. Und dann steigen wir auf. Und in 15 Jahren, ich sage es euch, Catering 1A Buffet vom Rind in der Champions League. Der Kalli. Grüße gehen wieder raus an Rainer Kallmund. Irgendwann holen wir uns den noch in die Sendung. Ja, aber ein bisschen abgedriftet von der 2. Bundesliga. Da gibt es auch so Mannschaften, wo ich aber halt auch sage, die werden den Gnadenlos wieder und den Abstieg mitspielen. Und da ist für mich der haushohe Favorit dieses Jahr SV Sandhausen. Sandhausen, eine Mannschaft, wo, ich möchte jetzt auch nicht zu abwertend klingen, aber da passt gar nichts. Ja, SV Sandhausen, das muss, aber ja. Die dusen sich dann wieder hinten raus. Muss ich jetzt ein bisschen dazwischen gredchen, lieber Domme. Aber für mich Sandhausen, gut. Also letztes Jahr Respekt. Ich glaube, von 10 Spielen gegen Ende der Saison haben sie 7 gewonnen oder 6 und 5 am Stück oder sowas. Mit, ja, Koschinat, Uwe Koschinat, Trainer, mitbekommen. Ziemlich eigentlich gut verstärkt, wobei man sagen muss, ein Abgang wie Andrew Wooten, der in die USA gewechselt ist, wiegt, glaube ich, schon schwer, weil er war eigentlich der Hauptverantwortliche, dass überhaupt noch Tore gefallen sind gegen Ende der Saison und somit auch die Klasse gehalten wurde. Aber ja, SV Sandhausen, eigentlich kann man sagen, jedes Jahr ein Abstiegskandidat. Und irgendwie mit Fleiß schaffen sie es dann doch noch, die Liga zu halten. Und ich glaube, dieses Jahr könnten sie vielleicht sogar komfortabel die Klasse halten. Aber da lasse ich mich mal selber überraschen. Ich denke eher, dass eine Mannschaft wie Wayne Wiesbaden, die vorhin die Ingolstadt gut gemacht haben, gut bearbeitet hat, muss man schon sagen, war auch verdient der Aufstieg, die Relegation zu gewinnen. Wie es dann in der 2. Liga läuft, wird dann eine andere Sache. Aber Wayne Wiesbaden, Erzgebirge auch ist, glaube ich, dieses Jahr... Da wollte ich gerade sagen, Aue ist bei mir auch. Also die werden bei mir nach Sandhausen gekommen. Und ich finde auch eine Mannschaft wie Kräuter Fürth, die haben eine Riesentradition, muss man auch klar sagen, haben auch immer einen einmaligen Aufstieg geschafft, nach mehrmaligen Anläufen. Ach, jetzt ist es auch mal gut. So, jetzt ist es aber auch mal gut. Da ist es ja, sind wir schon bei Vize Fürth oder Vize Kusen. Fürth, glaube ich. Ja, wobei, die haben eigentlich immer so, die haben immer dann so dieses versteckte Ehemalige Bayern-Talent bei sich. Grüße gehen raus an Julian Green. Ja, da glaube ich auch, dass es ein bisschen arg schwierig wird. Und da haben wir noch den V-Verlossener Brück. Erster Gegner vom FC Heidenheim. Jetzt am Wochenende auch Aufsteiger. Da darf ich fahren. Halb 8 der Abfahrt. Wieder mit Luis. Grüße nochmal an Luis. Ich hoffe, da bist du weg von deinem Seminar. Ja, die Ostnasen, ne? Bremer Brücke, aber ein schönes Stadion. Muss man auch sagen, ja. Sehr schönes Stadion. Sehr stimmungsvoll. Ja, nah am Platz, vor allem englische Verhältnisse. Das ist ganz schön. Apropos in England, vielleicht so als Abschluss für die komplette Sendung, was ich noch ganz verrückt finde. Der normale Transfermarkt geht dieses Jahr bis zum 2. oder 3. September, weil irgendwie der 31. auf den Samstag fällt und das darf dann eben nicht stattfinden. Und dann muss es irgendwie der zweite sein, um 18 Uhr, wo es schließt. Außer in England, da ist am 4.8., also da ist nächste Woche Deadline. Habe ich jetzt nicht gewusst. Wahrscheinlich haben sich die Engländer gedacht, ich weiß es nicht, mit was sie sich das erklären. Genug Kohle rausgepulvert. Wer weiß, ja. Also für mich auch nicht so logisch, dass die Engländer am 4. August schon dicht machen im Transfermarkt. Ja, und ein Transfer vielleicht noch, der ein bisschen von Wichtigkeit ist. Ganz zum Schluss jetzt noch. Hast du mitbekommen, Naby Fekir wechselt für 19,5 Millionen zu Betes Sevilla, wenn mich nicht alles täuscht, hat aber einen Marktwert von 60 Mille. Ich weiß nicht, wie schlecht da in Frankreich gehandelt wurde. Er kommt als Weltmeister, spielt eine bombenmäßige Saison eigentlich, ist der Spielmacher schlechthin. Und dann für 19,5 Millionen, also da frage ich mich wieder, mein Lieblingspraktikant Bratzo, was macht der eigentlich, also was macht der den ganzen Tag? Lümmelt der irgendwie im Radio rum und macht versteckt für uns, schreibt der das Kripp für den Podcast? Wahrscheinlich. Ach ja. Naby Fekir, ja. War für mich auch das Thema in der Mittagspause, als ich es gelesen habe. Für nicht mal 20 Millionen, noch keine 20 Millionen. Dann zu Betes Sevilla. Für mich auch, muss ich schon ganz ehrlich sagen, ganz klarer Karriere-Rückschritt, weil als Weltmeister und Olympique Lyon, Leistungsträger seit zig Jahren, auch Jugendverein, glaube ich, von Fekir gewesen, Lyon. Ja, ich weiß nicht, was für Berater oder welchen Berater er hat oder was für gute Leute für Transfers zuständig sind bei Betes Sevilla, die sowas hingebracht haben. Ein Fekir, der, glaube ich, Marktwert 60 Mille. Ja, 60 Mille, genau. Wie man den für 20 verpflichten kann. Vielleicht 25 mit Bonuszahlungen, aber ansonsten ein absolutes Scheiß. Das ist ein Witz. Zehnplatzierte Mannschaft letztes Jahr, habe ich gelesen. Keine Champions League. Das ist ein Witz. Ein Witz. So, Dani, ich sage ganz lieben Dank, dass du dir heute noch den Mittwochmorgen, sozusagen zu ganz früher Stunde... Ich bedanke mich auch recht herzlich. Hat mir riesen Spaß gemacht. War alles spontan. Habe ich nicht so gedacht, dass mein Dienstagabend auf Mittwochmorgen so endet, aber hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Kann man mal machen. Aber trotzdem muss ich noch einen Song auf die Playlist packen. Na, jeden Part. Das kennst du auch. Ja, ja, Cobra-Style von Stockholm und Teddybears oder irgendwie sowas. Oder ich hätte vielleicht noch einen. Hau drauf. Kennst du mich hier mitgebrotter? Oh. Kennst du mich hier mitgebrotter? Ja, ja, ja. Ich weiß nicht, ob es ein FIFA-Song ist. Ja, es war, glaube ich, auch ein FIFA-Song. Dann packe ich... Dann mache ich... Dann mache eh noch vorhin die klassisch Fußball-Songs komplett und packe jetzt noch von Blur Song 2 drauf und danach mache ich noch Waving Flags von Khan. Ja, genau. Und dann würde ich sagen, ist auch die zweite Folge Tribünendach im Kasten knapp eine Stunde gefüllt. Ich freue mich auf nächste Woche. Was uns erwartet, das wissen wir alles selber noch nicht. Checkt freefm.de, hört euch das ganze Ding nochmal nach. Und ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen... Ich wünsche einen wunderschönen guten Morgen. Es ist ja Donnerstagmorgen. Ich wünsche mir aber und dir, Daniel, jetzt eine gute Nacht. Und wir schlafen jetzt noch ein bisschen auch. Tschüss. Ciao, ciao. Ich wünsche euch jetzt einen Wunderschönen.